Leute, 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 kurz Soundcheck, müsst ihr okay sein, ich hoffe euch geht es gut, ich hoffe euch geht es gut. Und hier sind wir wieder, wie letzte Woche Dienstag, ein Video zur LMAB Pro Shop Challenge. Ich habe recherchiert und habe mir das Go geholt, dass ich euch alles darüber erzählen kann, was es damit auf sich hat. Denn letzte Woche ging es nur um ein Hashtag und etwas um Bilder, wo der Spinrite Shop Fische gefangen hat, mit Ködern von LMAB und dabei mit dem Hashtag Pro Shop Challenge. Ich habe darüber ein Video gemacht und gedacht, was kann hier passieren, wir haben ein bisschen analysiert und aus den Daten herausgenommen, worum es geht, es sieht nach einem Punktesystem aus etc. Dies, das und ich habe mir Informationen eingeholt, um euch das Ganze mal zu erklären. Sozusagen eine Exclusive News hier auf diesem Kanal. Exklusiv LMAB Pro Shop Challenge nur für euch Leute. Ob das was Gutes ist, müsst ihr ja selbst entscheiden. Nein, nicht wundern, ich bin immer noch erkältet. Aber ich hoffe langsam auf dem Weg der Besserung. Und auch da habe ich etwas gesagt, dass es die Pro Shops und die Megastores gibt. Und LMAB ist eine Richtung gefahren, in dem sie extra sozusagen die Pro Shops und die Megastores benannt hat. Das sind sozusagen diese Shops, die alle LMAB Produkte zur Verfügung haben und wo man diese kaufen kann. Das sind entweder die Megastores, eure lokalen Händler oder die Pro Shops, euer Online Händler des Vertrauens. Viele Shops und viele Megastores wurden diesbezüglich ernannt und fand diese Idee auch mega geil. Ich meine, es ist ja auch mega cool, wenn man sich so anguckt, wir sind LMAB im Megastore. Warum auch nicht? Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und jetzt hat sich LMAB dazu aber noch eine Sache ausgedacht und zwar eine kleine Challenge zu den Pro Shops. Die Megastores sind hier erstmal ausgenommen. Dabei geht es um ein Turnier, welches erstmal sozusagen offline stattfindet, was man intern selbst für sich regeln muss und dann mit Fotos Fische abliefern muss. Es ist sozusagen eine Pro Shop Challenge, ein Turnier für die Pro Shops im YPC Format, wie zum Beispiel jetzt im YPC Boat Halbfinale. Nur da mit nur einem Sonderfisch. Wir haben ein Barsch, ein Hecht und ein Zander und ein Bonusfisch. Diese drei Fische müssen bis zum 31.07.2023 eingereicht werden. Diese Fische können auch auf den Social Media Programmen der einzelnen Pro Shops gepostet werden, wie es der Spinrite Shop auch getan hat. Siehe mit dem Hashtag Pro Shop Challenge. Und so konnte man dann sehen, okay, hier, Spinrite Shop hat dort schon Fische gefangen und wir wissen, auf welchem Stand die sind. Also Spinrite Shop geht auf jeden Fall den öffentlichen Weg und wählt die Taktik, hey, wir zeigen, was wir schon gefangen haben und auf welchem Level wir gerade sind und welchen Punktestand wir haben. Andere Shops habe ich unter diesem Hashtag noch nicht gesehen. Vielleicht ist es jetzt gerade aktuell anders. Ich habe noch nicht wieder geguckt. Aber man muss das auch nicht machen, denn das Ganze ist freiwillig, welche Taktik man da wählt. Angler, die bei der Pro Shop Challenge mitmachen dürfen, sind jeweils nur Angestellte und Mitarbeiter des Shops. Also Chef, Chefin, Angestellte, dies, das. Also nur Leute, die wirklich beim Shop auch angestellt sind. Also man kann sich jetzt nicht irgendwie von Hinz und Kunz von nebenan den nächsten Spro-Pro-Angler ranholen oder mal eben von dort den nächsten Angelprofi, der dann für euch dieses Turnier bestreitet. Die Bedingungen bei der Pro Shop Challenge sind, dass Fische nur zählen, wenn sie auch mit LMAB-Ködern gefangen worden sind. Macht ja auch Sinn, denn wir haben ja eine Challenge von LMAB unter den Pro Shops von LMAB. Daher macht es nur Sinn, dass da auch nur die Köder zählen, die auch von LMAB halt selbst sind. Dabei bekommen die Shops die Measurement vom YPC-Boat und darauf müssen Fotos eingereicht werden, wie der Fisch auf dieser Scale gemessen worden wurde. Die Punkte-Fahrgabe ist genau gleich wie beim YPC-System. Barsha 10-Doppel, Zander mit 1,3 Hechte mal 1. Aber jetzt kommen wir zu der Besonderheit nochmal, zu der LMAB Pro Shop Challenge. Denn was können die Shops denn gewinnen, wenn sie jetzt diese Challenge gewonnen haben? Der Gewinner dieser Pro Shop Challenge tritt gegen ein gesetztes Team von LMAB in einer Angel-Challenge an. Wahrscheinlich auch so eine Art YPC-Finaltag, wo die beiden dann gegeneinander fischen werden. Das gesetzte Team von LMAB besteht aus Enrico Di Ventura und noch ein weiteres LMAB-Team-Mitglied. Aus diesem Angeltag wird dann ein Video produziert, welches wir dann in Zukunft auf dem Kanal von Hecht und Barsch zu sehen bekommen werden. Da wird natürlich der Shop nochmal präsentiert, die Köder präsentiert etc. Und wir bekommen feinstes Entertainment à la YPC-Form. Wenn das mal keine geilen Neuigkeiten sind, ich wünsche auf jeden Fall jeden Teilnehmern Pro Shop nur das Beste, viel Erfolg bei der Challenge und möge der Bessere gewinnen, ein dickes Petri Heil und dann am Ende beim Finaltag gegen das LMAB-Team natürlich auch viel Glück und viel Erfolg und ein wunderbares Petri. Ich finde, LMAB macht damit einiges richtig, einiges gut und das ist eine verdammt gute Idee und eine wunderbare Challenge, um auch diese Pro Shops ein bisschen weiter zu pushen, in den Vordergrund zu setzen und zu stellen. Top-Idee an dieser Stelle LMAB. Das war es von mir aus. Ich hoffe, ich habe euch auf dem aktuellsten Stand gebracht zur LMAB Pro Shop Challenge und falls ihr von der Seite ein dickes Petri, das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, denn das ist für euch nur ein Klick, für mich ein riesengroßer Support und bis dahin sehen wir uns bald wieder im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Anger News, alles rund ums Angeln. In dem Sinne, euer IC, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.